Äh, Herr Tark? Was machst du da? Was? Siehst du nicht, dass ich gerade üben tue? Ich schreibe gerade ein Lied fürs Wolfszeit-Festival, weil ich da performen möchte. Zumindest am Campground. Bist du dir sicher? Weil ich finde, das hört sich scheiße an. Halt die Fresse, was willst du von mir? Wenn ihr wollt, dass ich das Lied weiterschreibe, schreibt es unten in die Kommentare. Und zwar, ein Monat ist ja jetzt um, gell? Jetzt haben wir es Februar. Aber möchtest du nicht mal ein kleines Update geben zu deinen guten Vorsätzen, die du gehabt hast? Wie schaut es denn jetzt aus damit? Stimmt, ist eine gute Zeit, mal kurz abzureißen, wie weit sind wir denn mit unseren 12 Punkten oder wie viel auch immer das mal waren. Ich gehe alle mal einzeln durch, ganz schnell und ohne, dass wir jetzt lang drum herum reden. Das Video soll sich ja nicht hinziehen. Es geht ja nur kurz darum, wie schaut es aus gerade im Moment. Zum Thema Abnehmen und Ernährung. Ich ernähre mich sehr ausgewogen und vielfältig. Sogar einen Haufen veganes Zeug, was ich mittlerweile ausprobiere. Folgt mir dafür auf Instagram, da seht ihr es vielleicht. Ich schaffe es auch, dass ich jede Mahlzeit tatsächlich track. Und hier ist der Erfolg. Ihr seht, diese Kurve zeigt an, wie viel ich schon abgenommen habe in einem Monat. 5,5 Kilo. Natürlich ist es am Anfang viel Wasser, weil Kohlehydrate speichern Wasser und ich habe halt jetzt weniger Kohlehydrate. Es ist keine direkte Low-Carb-Diät. Ich track halt mein Essen. Wir essen alles, was wir wollen, aber wir tracken es mit der App und somit komme ich nicht über meine Kalorienbilanz. Abnehmen und gesünder essen. Erst einmal ein Haken dran. Ich habe beschlossen, dass ich mich äußerlich ein bisschen verändere. Dazu gehört, dass ich jetzt einheitliche T-Shirts trage und dass ich halt auch mit meinem Dutt hin und wieder mal was ausprobiere. Von dem her und meine Veränderung, die ich momentan durchmache, generell auch ein bisschen zeigen kann an meinem Äußeren. Von dem her, glaube ich, bin ich gerade ganz gut mit der Umsetzung. Also erst einmal Haken dran. Ich habe gesagt, ich möchte ja mein Merch loswerden und meinen Schrank ein bisschen ausmisten. Da bin ich auch guter Dinge, dass es dieses Jahr funktioniert. Die ersten Packets sind jetzt dann auf dem Weg zu euch. Die Verlosung war ja im letzten Video oder in meiner der letzten Video. Es wird mehrere Verlosungen geben. Vielleicht stock ich sogar auf. Nimm nicht nur T-Shirts oder irgendwelche Becher oder irgendein Stuff, den ich loswerden will, sondern vielleicht sogar noch Hoodies. Das entscheide ich noch kurzfristig. Seht ihr dann im nächsten Alles-muss-raus-Video. Unnützes loswerden und mein Merch loswerden. Haken dran erst einmal. Tja, steht das Häuschen in meinem Garten schon? Nein, denn das Landratsamt hat sich noch nicht gemeldet. Ich warte immer noch auf eine Baugenehmigung. Also erst einmal kein Haken dran. Wenn ihr mehr erfahren wollt, wie es da weitergeht, folgt mir auf Instagram. Ich möchte gezielter trainieren, habe ich gesagt. Das tue ich auch. Ich gehe jetzt wieder öfter ins Gym. Ich gehe jeden zweiten Tag, trainiere ich. Ob jetzt im Gym oder zu Hause. Und das Ganze trage ich, indem ich es mir aufschreibe. Ich habe gesagt, ich will gezielter trainieren. Sprich, ich habe hier meine Auswahl an meinen Übungen, wo ich auch drauf schreibe, was ich genau mache. Oder was ich genau mache und wie viel ich davon mache und so weiter. Genau, einfach besser im Überblick behalten, um zu sehen, ah, die Übungen habe ich schon länger nicht mehr gemacht, die muss ich mal wieder machen. Ich nehme immer fünf Übungen, die mache ich an dem Tag und dann sehe ich, ob ich mich daran verbessert habe. Ich habe keinen richtigen Plan nicht. Von dem her, werde ich jetzt Powerlifter dadurch? Nein. Werde ich Strongman dadurch? Nein. Werde ich Bodybuilder dadurch? Nein. Aber das alleine hilft mir halt in meiner Diät. Dieses Jahr ist mein Sport reine Unterstützung für die Diät. Nächstes Jahr machen wir wieder Kraft. Oder ab Mitte des Jahres. Mal schauen. Dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag etwas Gesundes zu tun. Ich habe es erweitert und mache nicht nur etwas Gesundes, sondern ich mache etwas Sinnvolles oder auch etwas Sinnvolles Lesen. Und momentan lese ich jeden Tag zumindest ein bisschen was. Und zwar über das Thema private Finanzen. Zum Beispiel, ich will mich weiterbilden in gewissen Punkten, was mir fürs allgemeine Leben weiterhilft. Und da bin ich halt gerade bei Finanzbüchern. Vielleicht kommt noch dazu, dass ich ein bisschen mehr über Videoschnitt lerne. Vielleicht lerne ich auch mehr über den Sport und Ernährung. Je nachdem, was mich gerade umtreibt, dazu lese ich mich gerade halt mehr ein. Das sind meine Themen, die mich gerade interessieren. Und deshalb tue ich das. Bildung. Bildung ist wichtig. Das Campingwochenende mit meinen Kumpels, das ich geplant habe. Ja, das ist natürlich jetzt noch nicht abgehakt, weil es ist Arschkaltrassen und das Wetter und es wird Zeit, dass es nicht wieder Sommer wird. Und die Festivals wieder losgehen. Und dann finden wir ein Wochenende, an dem wir das tun. Das Büro verschönern wollte ich auch. Steht auf meiner Agenda. Habe ich gemacht. Hier seht ihr es. Der Hintergrund ist jetzt heller, freundlicher. Auch besser für, wenn ich in der Arbeit im Call bin. Dann soll der Hintergrund jetzt auch nicht alles nur zugepappt sein mit Schwarz-Schwarz, sondern das kann man hier sogar noch ein bisschen als seriös verkaufen mit dem neuen Namen Herr Dag. Und von dem her finde ich es mega geil. Auch die Beleuchtung, dass es jetzt bunter ist, finde ich mega geil. Ich mache hier nur einen halben Haken, denn zu der Aufgabe dazu, Büro verschönern, heißt es eigentlich auch noch hier unten, die ganzen Verkabelungen unter den Bildschirmen und unter der Kamera schöner zu machen, die besser zu verstecken. Denn Kabelmanagement, das was ich hier gemacht habe, ist mehr so, mehr versucht als gekonnt. Unsere Gutscheine einlösen tun wir, haben wir schon gemacht. Wir waren einmal in einer Therme bis jetzt, haben da einen Gutschein eingelöst. Und auch das werden wir weiter verfolgen. Das ist natürlich was, was übers Jahr hin passiert. Von dem her mache ich nur einen kleinen, kleinen Strich dieses großen Hakens, den wir da tun wollen. Aber ist auf dem Schirm und wir sind dabei. Im Hier-und-Jetzt-Leben war einer der Punkte, die ich verfolge. Schaffe ich das aktuell nicht wirklich? Ich denke, ich habe mich verbessert, was direkte Kommunikation mit Menschen, die mir gegenüber sitzen, angehen. Dass ich besser zuhöre, dass ich besser darauf eingehe, mir ich nicht in Gedanken verliere zu gewissen Themen, um dann wieder meinen Senf dazugeben, sondern tatsächlich auf Dinge einzugehen. Was ich noch nicht geschafft habe, ist, dass beim Fernsehschauen, wenn Werbung ist, greife ich zum Handy und mache da irgendwas. Leider. Ich habe es noch nicht geschafft, dass ich da besser werde. Ist aber noch, bin ich auf einem guten Weg. Das waren meine Punkte, wo ich jetzt gerade stehe. Mein kleines Update zu meinen Vorsätzen. Ich werde das jetzt jeden Monat immer wieder machen. Dazwischen gibt es natürlich dann die Verlosungen. und andere Videos, denn ich habe Bock, Videos zu machen in dem Stil, den ich jetzt habe. Es gibt noch ein paar Themen, warum, dass ich zum Beispiel auf TikTok jetzt veganer Influencer werde. Muss ich gleich selber lachen. Aber auch dazu könnte ich ein Video für euch machen. Schreibt es in die Kommentare, soll ich das Lied weiterschreiben, mit dem ich am Anfang begonnen habe. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Den Rest erzählt er euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es da unten einen Kommentar, denn das tut dem Alkohol-Rhythmus ganz gut. Und ansonsten könnt ihr da noch klicken. Da kommt jetzt irgendein random Video von einem random YouTube-Kollegen und das andere ist eins von uns nochmal. Abonniert es, dann spürt es. Abonniert es, dann schreibt 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 es, dann